So fanden die Erdgeister so viele Arbeit in der Tiefe, den Fortgang der Feuerströme zu hämmern, dass sich seitdem keiner mehr auf der Oberfläche der Erde hat blicken lassen. Denn, dass die Länder am Rhein- und Neckarstrom auf ihrer alten Erdscholle noch so grund- und bodenfest stehen als der Brocken und das Riesengebirge, und dass die Herren von Hirschberg noch keine Flotte in See stechen lassen und an irgendeinem Seekrieg Anteil genommen haben, das ist das Werk der wachsamen Gnomen und ihrer unermüdeten Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020